Hallo Freunde der klassischen Spieleunterhaltung, ich bin's wieder, Milsi von MML Production. Heute geht's, wo geht's heute hin? Maritja, ah, wieder die schöne Klaviermusik, wie kann man nicht schöner begrüsst werden? So, egal. Jetzt kann ich auch durch sowas hergehen. Das geht alles jetzt. Und jetzt sehen wir, was ich schon... Irgendwann hab ich das mit einem Teil 5 oder so, wo ich gesagt hab, dass wir jetzt was machen können. Wenn ich euch erinnere noch... Da vorne ist so ein Glaskuppel und wir hätten natürlich ganz starke Bombe. Ja. Achtung. Was passiert? Hui. Wir hätten das Glas kaputt gemacht. So, wer ruft jetzt den neuen Glas, dass das wieder zu reparieren ist, hä? Hm, 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 hm. Wir sind tatsächlich in Maritja. Jubelschrei, äh, äh, äh. Wärts gepackt. Trigun heißt das, ja, nicht Trigun. So, da sind wir... Hust, hust. Speichestation, Kartenterminal. Okay. Supermissile, Supermissile. Gibt's ganz viel... Shit, 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 shit. Ach Gott, das ist wieder Riesenwelt, ja. Uh, 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 uh. Gibt's ganz, ganz viel. Ui, 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 ui. Jet-Jump zum Ziel. Und dann kommt der Trigun her. Oh. Jungs, Mädchen und Hamster. Wieder mal unsere Hamster begrüßen. Hallo. Hallo. Wir haben jetzt ganz viel. Oh, 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 oh. Oh, 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 okay. 10 und 10. Auf geht's noch, Maridia. Neues Gebiet. Und das ist ja riesig, ja. Gar nicht, dass das doch so groß ist. Ach, schöne Musik. Gibt's sogar noch zwei verschiedene Melodien. Ach gut, wir sind schon da. Okay. Okay. Wollt er eigentlich das Karten-Termin machen. Wieder zurück. Gibt's viel zu entdecken. Ja, ganz viel zu entdecken. Ist auch eine schöne Welt eigentlich. Guck, na sag ich auch. Ui, 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 ui. Riesig. Da werden wir das letzte Mal runterkommen. Von, von Krateria. Im letzten Teil, wo ich gesagt hab. Dann werden wir schon in der Nähe vom Bus gewiss. Aber ich will erst ohne alles erkunden. Wenn, dann machen wir schon alles. Ich glaube, Maridia packen wir jetzt nicht in dem Teil. Aber wir sehen nicht mehr, wie weit wir kommen. Jumby Jum. Ich hoffe, dass beim letzten Mal, dass ich das Mikrofon ein bisschen nahe gehabt habe. Da hab ich dann ein bisschen zu arg geschnauft. Ja, das war jetzt extra. Das naue ich dann für entschuldigen. Heute hab ich das Mikrofon wieder richtig an. Und, so, alles in der Nähe dicht. Jetzt geht's wieder hoch. Okay. Lasst uns Maridia erkunden. Und seid mit mir dabei. Ui. Ja, lasst du. Aber was ich mal hole will, Maridia, ist die ganz starke Waffe. Die stärkste Waffe. Und wo die genau ist, weiß ich jetzt auch nämlich so. Oh, verlauter Verzähle. Ich klebe dann immer mal wieder der Eisbeam. Und dann nerven die Fische, wenn ich nicht so, wenn ich ein Ei friere. Ei, ei, ei. So. Ich das aber, ich das aber, ups. So, guck. Oh, da gibt's Rekater. Guck mal, du. Oh, da gibt's da noch was. Oh. Sorry, da. Da, genau. Maridia, ist die Underwasserwelt. Man kann immer vorlesen, es steht doch immer was. Zu jedem Ort. Was, nachdem Samus den Springball gefunden hat. Wurden die den Springball gefunden? Was hab ich denn da verpasst? Maridia ist der Wassersektor von Cebes. Die Landlebewesen des Planeten haben sich im Laufe der Jahre den veränderten Bedingungen in diesem Gebiet angepasst. Einige der Kreaturen stossen giftige Sekrete aus. Uh, giftig ist nicht gut. Nö, 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 nö. Da sehen wir ein schönes Bild von der Schwimm in der Samus. Ah, die fangen ja ganz vorne an. Auf noch, Maridia. Ah, die gehen doch so lang. Ich hab ihn mal so arg gefangen. Ich hab ihn mal so arg gefangen. Vielleicht hab ich das, wenn ich mich verlofe, weil ich immer verkehrt bin. Ich hab ihn mal so arg gefangen gehabt. Da gibt's noch ein super Missile. Oh, wie komm ich denn nochmal nach mir her? Wie war das alles noch? Oh, ich weiß nicht. So, jetzt bin ich wieder da. Okay. Wir sind in der Wasserwelt. Cebes. Ach, da gibt's Kumpel zu der Super Missile. Ah, Mann, ich wollte zum Ball werden. Ja, jetzt geht ja gar nichts mehr. So, nochmal konzentrieren. So, und die komische Hirnviecher kann man sich mir nicht draufhängen, gar nicht. Die Kinder in den Enden hochziehen. Das ist auf die Super Missile Choice, mir jetzt sagt man. Ja, genau so hab ich mir's mir vorgestellt. Und dann hast du rum. So rum bin ich. Hopp. 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 Genau so. Hopp. Hopp. Ah, fuck, du musst ganz hoch. Hopp. Schaukel. Und die schaukel und schaukel und schaukel. Das ist eine Scheissstelle da. Das ist eine nervige Stelle. Das ist okay. Ich bin mal wieder da. Guck mal her. Ich habe eine schwierige Partie. Ich darf mich dazu. Ich will euch da runterhalten. Mr. Krabby. Mr. Krabby nix. Mr. Fischi. Und tschüss. Lass mich da oben. верх 적um nochffen. Jo. Wir spielen auch weiter. Jetzt sie mache ich dich. Wir gehen nur dort hin. Das habe ich kurz vergesse. Wir gehen nur dazwyke speichern. Sp traumatisch. 건데, die pro über dem Weg einfach füre Bestand. das muss aber Not und Spaß machen. Und das müssen dann pfeifen. Das ist nervig. Schau, glaube ich. Das ist auch nicht so drauf. Machen wir da Hyperaufzug. Das ist ja noch gar nicht. Was gibt es denn da? Was erwartet uns dort? Biene. Riesige grüne Alienbiene. Und? Ah! Okay. Jetzt sind wir wieder da. Auf dem Aufzug. Criteria. Da können wir doch den anderen Weg nehmen. Ganz interessant. Wieso? Man muss jetzt als spontane Entscheidung. Man geht jetzt auch schon zum Gegner gehen, aber ich... will noch mal den anderen Weg, dass wir auf den Oberhänden noch alles... Alter, war ein langer Weg, wie der... durchs Racket-Cheep da... und davor... nach Maridia. Guck mal, da gibt es die Grappys auch. Nein, da sind sie doch noch grün. Wir sind wohl nicht ganz grün hinter den Ohren. Und dann auch eine Frage. Ich bin der andere Weg, weil da ist der andere Weg. Ich bin der andere Weg. Ich bin der andere Weg. Oh, Baby! Mann, es wird die ganze Zeit so gut geklappt, ey. Puh! Puhdi-puhdi-puh! Der kurze Weg. Kommt der ist wieder? Ah! Wieder. Die Sprungtasche gedrückt, tollt. Das zählt die ganze Zeit. Okay, wie geht's jetzt noch? Maridia. Maridia. Cotaria, Cotaria. Wobohin das noch gemulzt. Oh, das war okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ja. Oh, oh. Oh, oh. Willi, euerεί! Bittin. Oh, man kann doch also nicht hierherem Rest d taste. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Sind doch wieder da Wo war'n das jetzt noch irgendwo? Ich verlarf mich da, ja, das ist... Mariport Zu Seite 48 Ah, das ist doch Dünne im Speicherpunkt Das ist doch gar nicht so kompliziert, Marathe Okay, uuuuh Hat uns X-Knopf gedrückt, halt So, genug Beschwert, jetzt seid wieder zurück Da unten geht's doch Maritja Dünne zwischen Ah, Dünne mit der Wasserwelt Die andere Richtung von Maritja haben wir jetzt schon entdeckt Jetzt nehmen wir mal den Weg von der Spieleberater Ich wollte aber ohne Spieleberater spielen, aber Egal Machen wir jetzt den mal Weil die dann schon den Springball hätten Der Springball will ich ja Weil die dann schon den Springball hätten Genau, da wollte ich hin Oh, gehen wir nicht für Eier Sooo Wo gehen wir nicht für Eier Da wollte ich hin Hm Der offizielle Weg Oh, ich tja Warum die da oben rumgehen, man kann auch da unten rumgehen Aber warum nicht Wachen wir mal Wenn ihr das noch nicht sehen Da kommen Baby-Kruppen raus Riese Eier Wie bei Alien Hm Aber wer Alien-Ens noch nicht geguckt hat Da wäre es dann auch nicht Hm So Gibt's da den Springball Das riecht ja alles schon nach Springball Ist schon unser Ziel heute Springball zu erreichen Oh Gott, ist das Labyrinth Da ist mir nicht der Aufzug noch Maridia Hm, hm, hm Hm Ganz weit weg Okay, da ist die Speicherstation Da geht's da runter Da geht's nach links Aha, 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 aha Geht's da hin Und da kommt der Robotnik Segemeister Das macht uns dann den Weg frei Und da kommt der Robotnik Segemeister Das macht uns dann den Weg frei So, gehen Sie bitte nach A und B Und so Da schreibt er das Tagebuch von der Samus Aran Da steht zum Beispiel die Herzfrequenz der Kriegerin Erhöht sich langsam Sie hat den Weg in einen neuen Sekter gefunden Maridia Gatteketa Stimmte zu eurer Geschichte Maridia, die Unterwasserzone lag vor ihr Was würde sie erwarten Welche Gefahren würde sie ausgesetzt werden Sie wusste es nicht Dennoch war sie guten Mutes Denn sie wusste Dass ihre Ausrichtung sie schützen würde Im gesunkenen Schiff Hatte sie den Gravity Suite gefunden Was ihr im Wasser sehr nützlich sein würde Auch über die Luftversorgung Brauchte sich Samus keine Gedanken zu machen Der in ihren Helm integrierte Automatische Sauerstoffregulator Stellte sich sofort auf den veränderten Atmosphärischen Aggregatzustand ein Nun konnte sie beginnen Ihre Mission ins Unbewusst Samus befindet sich am Eingang eines Sektors In der seit langer Zeit Kein menschliches Mesen mehr an den Fuss gesetzt hat Sie erinnert sich an ihre erste Mission Die sie ebenfalls nach Zebes führte Damals war sie erfolgreich Würde sie es auch diesmal schaffen? Ihr Weg führt sie zunächst nach unten Und dann in den ersten westlichen Flügel Dort führt ein Verbindungsschacht weiter in die Tiefe Nun folgt Samus dem Gang gehen Osten Und findet ein weiterer Teil ihrer Ausrüstung Den Springball Okay So Das wohl mal wenn nicht auch Stimmt noch Wüste Nein zu Recht Gehts immer noch Wüste Gauwäst Gauwäst Du 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 Gauwäst Guck jetzt haben wir da unten schon ein bisschen eingeklext Und jetzt machen wir da unten Die fliegende Dinger machen alle kaputt Einmal war kein Eisbeam mehr der nervt Weil das kostet immer voll viel Zeit wenn die da Geht mir auch die Eier So kann ich sie gleich kommen Wenn ich sie treffen werde Ich kann jetzt mit dem Wave von mir durch die Wand schießen Okay so Bisschen hektisch Okay Oh neee Da wollte ich doch gar nicht die Fickie 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 Fick Mann Ich wollte doch den Springball hole Jetzt wird mich das Vieh ich da unten angezogen Du böses Vieh Mann Jetzt sind wir halt da unten Die Es gibt uns Was gibt's denn Was gibt's denn Was gibt's denn Da gibt es die Waffe, das weiß ich. Okay, jetzt bin ich wieder zurück. Okay. Hat er mich tatsächlich jetzt noch mal da? Na, ganz sicher. Du... BIPA! Egal, die Zweimer sind ja richtig. Ich weiß jetzt, was weitergeht. Okay, die machen wir kaputt. Du loschst jetzt da hoch. Und die linke Tür geht Richtung Springball. Uuuu... 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 War aber jetzt schnell ohne Gewässer. Uuuu... 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 Was noch klappt. Uuuu... 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 Das ist das Labyrinth. Jetzt komme ich da nicht aus dem Treibsand. Ah, da oben gibt es auch noch was. Oh nein, da muss ich jetzt immer einen Sprung nehmen. Nein, da braucht es auch die Screw-Attack. Äh, die Dingsbums vom Trigoon. Okay, da ist der. Ach du lieber Himmel. Nicht das kompliziert. Genau der Plasma-Beam. Ach du lieber Himmel. Muss ich jetzt tatsächlich da? So, hoch. Sag bloß, das wäre jetzt wirklich scheiße. Ach du lieber Himmel. Ach du lieber Himmel. Ach du lieber Himmel. Figatou. Ah jo. Mhhh. Mann, scheiße. Das kann es aber nicht sein, das ist... Ne, das kann es echt nicht sein. Ja, ich müsste es jetzt sauschwert da hoch zu kommen ohne Space Jump. Kann doch der Springball auch später holen. Das ist mir jetzt echt. Da habe ich jetzt keine Nerven mehr dazu. Wir gehen jetzt Richtung Gegner. Der Springball Braulien ist nicht wirklich für den Gegner. Rufen wir mal. Mhm. Leichter gesagt, ja. Gehen wir mal noch da links her. Ah. Das ist halt eher ein schweigsamer Teil heute. Mein Maridia erfordert alles von mir. Ah. Hä? Wo geht's da runter? Aha. Auch interessant. Ah, jetzt komm ich wieder da hin. Okay. Okay. Keh. Und jetzt komm ich wieder da hin. Ah, ich weiß wo himm. Sorry. Ich weiß, wo es lang geht. Oh ne. Das ist doch zum Rösenmeldung. Maridia hat was gegen mich. Erste Krooge mir hat was gegen mich gehabt. Und jetzt Maridia. Bis man doch den langen Weg nehmen. Okay. Das ist halt kein schön anzusehende Teil. Warte, müssen wir doch durch. Aber ich muss auch durch. Den? Da müssen wir nicht erobern. Zehn Minuten mache ich noch. Und dann zeh ich euch, wo ich hier wollte. Ich kann euch noch da erinnern. Anfang vom Teil. Autsch. Dass ich da mit dem Trapplingbeam mich an die Trag hängt habe. Da gehen wir jetzt hin. Ich hätte ja eigentlich gespeichert gehabt. Weil ich eigentlich da rum wollte. Aber dann... Jetzt haben wir ja noch andere Weg genommen. Aber... Ohne Space Jump ist das... Ist das nicht so very nice. Speichertor trotzdem noch irgendwo. So. Weil das ist schon fiesig. Ich stelle. Ahem. 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 Oh, ein Labyrinth, der Labyrinth. Und schon bin ich abgestürzt. Und schon bin ich wieder aufe. Ich kann zaubern. So, puh. Die erste Hälfte ist ja mal gepackt. So, speichern. Saved, Super Madrid. Jetzt kommt eine schwierige Spumpassage. Puh. Lieber Leute. Mach mal so, tu ich da schon. Wunsch. Wunsch gibt es Super Metroid Let's Play noch 50 Teile da. Nein. Ich bin fast gepackt. Ich war am Ziel. Komm. Weil ich spiele ja auf dem Emulator. Und dann kann man da verzählen und schwierige Sprungpassage. Das ist wahrscheinlich schwierig. So. Ah, das gibt es doch nicht. Baby, stell dich doch jetzt nicht so doof an. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Ach Gott ja. Sorry. Das ich das jetzt so spielen muss. Hm. Nochmal. Und ich weiß, was ich da mache. Teletubbies. Ich muss mal budern. Neuschneiden. Nochmal, nochmal. Oh, wir haben es gepackt her. Hui. Applaus, Applaus. Du lieber Himmel, du bist ein Kampfer. Ach, Gott. Nicht du. Immerhin haben wir Moors gefunden, wie die Rakete. Ich habe gewiss, da kommen wir irgendwo durch die Wand. Und das war da. Hui. Anstrengende Borde. So. Ich habe mich da immer beschwertet, bei meinem Cousin und bei meinem Bruder, dass er, wenn sie Let's Play machen, immer so wenig retten. Und ich habe jetzt auch so wenig gerettet. Weil es überhaupt bis zum Schluss guckt. Der erwartet viel. Obwohl, wenn ich nicht nur halb Stunden mache, der ist schon schätzt zu lange gedauert. Schätzt mir auch, wie hätte ich ganz gut fallen. Okay. Okay, jetzt sind wir da oben. Was sind wir jetzt da oben? Geht doch hoch, Baby. Man packt es jetzt nicht mehr hoch. Ach, komm. Die Batterie war hoch, aber. Geht doch. Aber wie, ich muss mich halt wirklich entschuldige, weil ich muss mich da hoch konzentrierend in der Welt. Oh, das sieht noch scheiße aus da, oder? Da muss ich. Da will ich nicht. Oh, ne. Okay, geht. Oh, okay. Da gibt es Rakete. Super, um die Seele. Okay. Geht es jetzt zurück. Wieder hoch. Okay. Da gibt es noch gar nicht hin. Ich würde mich nicht mehr hochkommen. Okay, da gibt es auch nicht, woher das ist. Ich muss, ich muss, dann wenigstens jetzt studieren. Das war nicht das. Okay. Um euch jetzt nicht mehr weiter zu quälen, würde ich sagen, beende ich den Teil da. Dann studiere ich erst mal da jetzt den richtigen Weg. Also, da rechts, und wo, ich kann nicht mehr mal was durch. Da hole ich hier. Dann hole ich da runter. Was ist das? Das ist die Springballding. Da? Wer ist das? Da ist der Bus. Da will ich hin. Dich will ich besiegen. Und da? Stoppzach. Aha. Das war für ein Ohr. Ja, ja. Geheimnisse über Geheimnisse. So. Das war wirklich anstrengend. Ich habe nicht viel geredet, aber man riecht ja, ich soll doch. So sieht sie cool aus. Da sage ich mal vielen Dank, dass ihr euch da durchgequält habt. Und sage mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich hab nicht nicht viel geredet. Ich hab nicht viel geredet. Vielen Dank.